Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Bestpreis 1630 dran, hat 16 Schuss, 23 Sekunden Effektdauer, 30 Millimeter Kaliber und eine NEM von 304 Gramm. Die Batterie kostet 9,50 Euro und ist für eine 30 Millimeter Batterie doch relativ günstig. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung der Classic Bestpreis 2530. Bis gleich draußen zur Zündung. Jetzt machen wir weiter mit der Bestpreis 3016, sprich 30 Millimeter, 16 Schuss. Los geht's, kostet mir 1,50 Euro. Also das nehm ich mal eine Batterie, das ist für 10 Euro, halleluja. Daumen nach oben. Modell